Bereits 1181 und damit zwei Jahre nach dem dritten Laterankonzil ist es jetzt der Erzbischof von Lyon, namentlich Jean Bellemin, der den Waldensern das Predigen endgültig verbietet. Er ist also dagegen. Unter anderem führt er auf, dass bei den Waldensern Frauen einen wichtigen Teil der Predigt ausmachen und das ist eben nicht der Sinn der eigentlichen Predigt. Also das heißt ganz einfach, die Waldenser predigen nicht in dem Sinne, wie es sich die Kirche wünsche. Und damit hatte jetzt Waldes eigentlich nicht mehr die Möglichkeit zu predigen, trotzdem widersetzt er sich und predigt weiter und das führt dann folglich zur Exkommunikation 1182, also zum Ausschluss aus der Gemeinschaft der Kirche und er wird aus Lyon vertrieben. Und damit hat sich jetzt endgültig das Blatt gegen die Waldenser gewendet, zumindest von Seiten der katholischen Kirche. Die Waldenser wurden jetzt eben als heretisch, als ketzerisch angesehen und 1184 auf dem Konzil von Verona kommt es dann zu dem berühmten Dekret Ad Abolendam von Papst Lucius III. Und in diesem Schriftstück werden eben die heretischen Gruppen aufgezählt, gegen die vorgegangen werden soll und dort sind neben den Katarern eben unter anderem auch die Waldenser genannt. Und damit sind die Waldenser jetzt 1184 erstmals auch als heretische Gruppierung bezeichnet worden. Dieser Bruch zwischen eben Kirche und Petrus Waldes führt jetzt aber auch dazu, dass die Waldenser eine eigene Theologie entwickeln, die sich dann eben auch in einigen wichtigen Punkten von der der katholischen Kirche unterscheidet. Und diese Theologie der Waldenser können wir uns hier mal anschauen. Zunächst einmal ist die Vita Apostolica das erstrebenswerte Lebensideal, das man eben hat. Vita Apostolica zur Erinnerung heißt kein persönlicher Besitz, einfache Kleidung und vor allen Dingen Betteln, um eben den Lebensunterhalt sich dann doch zu sichern. Das sind so die wichtigsten drei Elemente der Vita Apostolica. Man ist gegen die heiligen Verehrung, das ist ja ein Punkt, der von der katholischen Kirche stark vertreten worden ist. Man ist gegen die Lehre des Fegefeuers und des Ablasshandels, auch das sind ja wichtige Elemente der katholischen Lehre des Mittelalters. Und man ist in Abgrenzung zu den Katarern gegen deren dualistisches Weltbild. Auch ein wichtiger und interessanter Punkt ist fünftens die Laien-Sakramente, wobei noch interessanter ist, dass man die Gültigkeit der Sakramente abhängig macht von der Würdigkeit des Spenders. Zunächst einmal Laien-Sakramente heißt, dass eben die kirchlichen sieben Sakramente gespendet werden dürfen durch Laien, also nicht durch Kleriker. Man musste nicht Priester sein, um eben die Beichte abzunehmen, sondern das konnte im Grunde jeder Valdenser machen. Die Abhängigkeit von der Gültigkeit, beziehungsweise die Gültigkeit der Sakramente abhängig zu machen von der Würdigkeit des Spenders, ist im Grunde eine Sache, die in der Antike bereits diskutiert worden ist. Und eigentlich dahingehend schon geklärt worden ist, zumindest was den katholischen Standpunkt betrifft. Und hier lohnt es sich einfach einmal ein Zitat zu bringen, und zwar aus dem Buch von Arnold Angenent, Toleranz und Gewalt, das Christentum zwischen Bibel und Schwert. Das ist eigentlich ein sehr lesenswertes Buch, weil es eben auch sehr detailliert darstellt, was nun wirklich die Inquisition gemacht hat. Und weil es ja auch sehr oft sehr flach dargestellt wird und sehr indifferenziert, hier kann man das eigentlich alles sehr gut nachlesen. Und dort heißt es dann auf Seite 240, die implizierte Dogmatik hatte längst schon Augustinus geklärt. Also die Frage eben, ist denn die Gültigkeit des Sakramentes Abhängigkeit von der Würdigkeit des Spenders? Und dort heißt es weiterhin, wegen des allgemeinen Heilswillens Gottes könne die Sakramentswirkung nicht von der Würdigkeit, beziehungsweise Unwürdigkeit des sakramentenspendenden Priesters abhängig sein. Vielmehr vermittle Gott seine Gnade auch durch Unwürdige, damit der Sakramentenempfänger keinen Schaden befürchten müsse. Das war die katholische und ist auch die katholische Lehrmeinung. Die Waldenser sind jetzt eben genau der anderen Ansicht und das unterstreicht eigentlich sehr gut, wie weit jetzt eben Waldenser und katholische Kirche auseinandergedriftet sind. Die Waldenser selbst haben jetzt nicht die Strukturen, die es in der katholischen Kirche gibt. Es gibt die große Menge der Glaubenden und man konnte nach einer langen Ausbildungszeit zum Prediger aufsteigen. Diese Prediger hatten dann im Französischen den Namen Barben, also als Bezeichnung für eben diejenigen, die bibelkundig waren. Allerdings, auch wenn man, wie man hier sehen kann, keine großen Hierarchien hatte, gab es trotzdem überregional so etwas wie Bischhöfe und größere Versammlungen, die man so, also jetzt nur metaphorisch und vergleichshalber mit Konzilen gleichsetzen kann. Das waren natürlich ganz andere Arten von Versammlungen. Also es gab dann schon noch hierarchische Abstufungen, allerdings doch innerhalb der Gruppe der Glaubenden nicht so starke wie in der Kirche selbst oder eben bei den Katarern, bei denen es dann doch ganz starke Abgrenzungen gab zwischen den einfachen Glaubenden und denen, die eben die Kirche der Katarer ausgemacht haben. Wie geht es mit den Waldensern im Mittelalter weiter? Also 1184 werden sie ja zu Heretikern erklärt und trotz dieses Kirchenbannes können sie sich jetzt doch über einige Teile Europas ausbreiten, vor allen Dingen Südfrankreich, Nordfrankreich und Norditalien. Das sind interessanterweise vor allen Dingen Südfrankreich und Norditalien auch die Gebiete, in denen die Katarer sehr großen Zuspruch erhalten haben. 1208 gibt es einen Teil der Waldenser, der zurück zur katholischen Kirche findet und sie dann die Bezeichnung katholische Arme erhält. Das ist im Grunde dann von der Bezeichnung her interessant, weil eben die in Norditalien lebenden Waldenser sich die Bezeichnung lombardische Arme gegeben haben. Die Waldenser selbst breiten sich dann auch bis in das Gebiet des Heiligen Römischen Reiches aus, beispielsweise 1231 in Trier. Und es kommt dann aber eben, da die Waldenser zu der Gruppe der Heretiker gezählt wird, auch zur Verfolgung, allerdings nicht sukzessive, also dauerhaft, also nicht permanent, sondern hin und wieder. 1211 beispielsweise werden 80 Waldenser in Straßburg verbrannt. 1215 findet dann das vierte Laterankonzil statt und das erklärt die Waldenser noch ein weiteres Mal zu Heretikern, also an diesem Standpunkt hat sich dann nichts mehr geändert. Dadurch, dass jetzt aber die Inquisition aufkommt und gebildet wird, waren also auch die Waldenser ein potenzielles Ziel der Inquisition. Allerdings ist auch das nicht eine Aktion, also die Verfolgung durch die Inquisition eben nichts, was permanent stattgefunden hätte, sondern eben an bestimmten Zeitpunkten, eben je nachdem, ob ein Inquisitor Interesse hatte, die Waldenser zu verfolgen oder nicht. In den 1230er Jahren beginnt es zumindest partiell, dann gibt es vor allen Dingen nochmal Verfolgungen in den Jahren 1335 bis 1353 und 1391 bis 1398. Dazwischen und auch währenddessen gab es eben auch Regionen, in denen Waldenser ganz unbehelligt leben konnten. Viele, und damit jetzt zum Ausblick an sich, also nicht mehr nur das Mittelalter betreffend, viele dieser Strömungen der Waldenser sind dann allerdings irgendwann aufgegangen in andere Strömungen. Also die Waldenser zogen sich vor allen Dingen ins Bergland zurück, um eben der Verfolgung zu entgehen und als dann eben am Vorabend der Reformation beispielsweise die Hussiten aufgekommen sind, das war für sie eben eine Strömung, die sehr reizvoll war, eben auch viele Punkte geteilt hat, die man auch selbst vertreten hatte, haben sich viele dieser Waldenser dann den Hussiten angeschlossen oder während der Reformation eben bestimmten reformatorischen Strömungen beziehungsweise der Reformation als Ganze und als Solche. Dennoch, und das zu guter Letzt, gibt es auch heute noch die Waldenser und die Waldenser Kirsche. Das heißt, nicht alle Strömungen sind aufgegangen oder die Waldenser wurden gänzlich ausgelöscht, wie es bei den Katarern im Grunde der Fall war. Die Waldenser gibt es beispielsweise heute noch in einigen Teilen in Italien als natürlich kleine Gruppierung, aber sie ist auf jeden Fall noch vorhanden und eine Waldenser Kirche ist existent. Untertitelung des ZDF для nächsten Mal.